Also liebe TU Berlin, heute hat uns die Nachricht erreicht, dass sie erfolgreich waren mit der Applikation zur Exzellenzstrategie. Herzlichen Glückwunsch dazu, klasse Teamleistung, nicht nur der TU Berlin, sondern auch allen anderen weiteren Partnern der Humboldt-Universität, der Freien Universität und natürlich auch der Charité. Aber für die alle ist es ja nichts Neues, für die TU Berlin ist es was Neues, weil man bis dahin noch keine Exzellenzuniversität war, jetzt ist man es. Das uns sehr freut, nicht nur aufgrund der Teamleistung, die erbracht wurde in der erfolgreichen Applikation, sondern wir erhoffen uns natürlich explizit als Siemens, gerade auch aus unserer Partnerschaft mit Ihnen an der TU Berlin bezüglich unserer Werner von Siemens Center for Industry and Science, dass wir gemeinsam den Weg gehen können in dem gemeinsamen Team Digitalisierung, Additive Manufacturing und neuen Werkstoffen, sondern dass wir auch vielleicht demnächst neue Zukunftsfelder gemeinsam definieren, gemeinsam beschreiten können, gemeinsam die Zukunft der Stadt gestalten, Berlins gestalten. Insofern ist das nicht nur ein guter Tag für die TU Berlin, für alle weiteren Partner der Berlin University Alliance, sondern auch für Siemens am Standort des Produzierenden des Gewerbes hier in Berlin. Vielen Dank.